Und damit herzlich willkommen an alle Chikos und Chikas da draußen, der Skyline ist am Start. Genauso wie eine kleine Runde Let's Play Aragon auf der Xbox 360. Ich hab keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Brücke von Darred, aha. Euch wird sicherlich aufgefallen sein, für diejenigen, die mein Let's Play einige Zeit schon verfolgen, dass meine Stimme sich gerade 50 Milliarden tausendmal besser anhören muss. Was einfach logischerweise daran liegt, dass ich jetzt ein neues Mikrofon habe, ein Phantomspeisegerät und so weiter und so fort. Ich hab ein Deck eingekauft, um euch diese schöne Qualität schenken zu können. Jetzt ist nur meine Frage, ist diese Qualität in Ordnung oder ist irgendein Brummen noch im Wege oder ist das irgendwie zu laut eingestellt? Habe ich zu nah an meinem Mund dran? Palabra, Palabra, das frage ich jetzt euch und ich möchte, dass ihr das jetzt gerne mal mir beantwortet und mir mal in die Kommentare schroutet, was ich jetzt noch ändern müsste und so weiter und so fort. Und bevor wir lang rumschwafeln, drücke ich jetzt nochmal Start und Start. Ne, äh, A. Fäll. So, Brücke von Dared sind wir stehen geblieben und ich muss noch ein bisschen gucken, weil ich nehm grad mit zwei verschiedenen Sachen auf und ich hab irgendwie das Gefühl, dass es grad gar nicht aufnimmt. Nunus, Momentus, por favor. Ne, so. Geht der noch auf oder? Geht der jetzt noch auf? Ich weiß es nicht. Geht der mal? So, ein Hüten noch auf? Geht's raus? Ja, ein Hüten noch auf. Okay, ich seh's gerade nicht. Macht aber nix. Okay, ich weiß, dass es aufnimmt. Ich hab schon ein bisschen, wie gesagt, rumprobiert und gemacht. Ich weiß nicht, ob's jetzt, also für mich hat's im Endeffekt jetzt grad ganz in Ordnung angehört. Sag's mir einfach, okay, ähm. Ja, wie gesagt, Let's Play Aragorn, pala, pala, pala. Jetzt sind wir hier angekommen. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt dieses Spiel spiele. Äh, ich fand Aragorn, den Film, hab ich ja am Anfang schon gesagt, richtig geil. Das Spiel macht einigermaßen Spaß, bis auf die Grafiken und die Kamera. Aber ich freu mich schon richtig darauf, Saphira fliegen zu dürfen. Und hoffe, dass wir es in diesen Folgen, die ich jetzt aufnehme, auch endlich mal schaffen. Viel Spaß wünsche ich dann. Normal machen wir natürlich. Ladebücher, 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 ladebücher. Ladebücher, ladebücher, ladebücher. Und dann ist alles in Ordnung. Tralali, tralalo, tralala. So. So, ich habe keine Ahnung mehr Okay Bam, 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 bam Ich habe keine Ahnung mehr, vorgeschichtemäßig Äh, warte mal, wo springe ich denn? Ich habe die ganze, komplette Steuerung ver... Ah, so, okay, gut, verstehe Hier habe ich meinen Lieblingsangriff A, A, B Warte mal, ich will Roundhouse-Feed machen B, A, B, nein B, boah, hast du das gesehen? Fletch! So, hier verteidige ich mich nochmal mit X Okay, warte mal, jetzt müssen wir kurz gucken B, B, A B, B, A Nein A, B, B Dann A, B, A Okay, hier haben wir einen Roundhouse-Feed Und B, A, B Gut, jetzt haben wir es wieder Äh, Magie Bogen Bogen, lange anspannen Feuer Magie Wow Vor allem, wir bleiben noch gechillt, da stehen, weißt Wir müssen die Schützen auswählen Die Torschläser sind in den Türmen Ruf Saphira Sie kann das für uns erledigen Ah, es geht schon los Drücke und halte LT, sobald Saphiras Symbol erscheint Um das zu Um das Ziel zu erfassen Drücke A Um Saphira herbeizurufen Weiter mit A Ha, gut, dass die Stimme scheiße ist Ach, die Stimme von Saphira ist schön Make it real, Saphira Ja, ich würde ja gerne, aber So, Magie, warte mal Warte mal mit Mit A war ranziehen Ich muss echt gerade nochmal Äh, tut mir leid, wenn das alles jetzt so ein bisschen Okay, cool X Oh, komm, du bist fast down A, B, A Roundhouse Kick Und Tschüss Äh, Pfeiler hier Und LT, linke Taste Links ist hier Taste ist das hier Und das ist Nee, das ist LB Linker Button und das ist Taste Okay Entschuldigung So, das war also Mein Gott, ist aber viel zu machen jetzt So, das Schild weiß ich noch ganz genau Mit meiner Lieblingsattacke Er will jetzt mich irgendwie rollen oder so Höh Nein, ich muss mich verteidigen Scheiße, das ist noch alles Äh Und Tschüss Ja, vor allem wie er es gleich wieder auf mich abgesehen hat Oh, habt ihr es gesehen Als hätte ich es geplant Oh, ich bin fast down Jetzt wird er immer dreister Ah, der Spür wird auch nicht blöder Oh Ach komm, wir laufen einfach mal weiter jetzt Oh, warte mal Kann ich da hinten lang? Kann ich nicht Okay Und Tschüss Muss ich Oh, diese scheiß Kamera Ruf Saphira Ruf Saphira nochmal Saphira Wir brauchen dich Saphira Wir brauchen dich Wieso jener Freund? Ich bin ein Boss, Alter Und Tschüss Spring und B Ah, scheiße Spring und B Nein Okay, komm, wir lassen uns jetzt mal Daumen machen Weil das geht ja mal gar nicht Was ich jetzt hier noch am Leben habe, oder? Alter Hat er es gerade wirklich gemacht? Ich glaube, denen geht es noch ganz prächtig Nein Was ist das für ein Scheiß? Der guckt sie an Und fragt Hörst du Schmerzen? Das Ding ist in ihrer Brust gewesen Da, wo Frauen ihre Titten haben Hat es gerade drinnen gehabt Ich weiß, es ist gerade Ein ganz blöder Vergleich Ja, warte mal Wo muss ich denn lang? Ach, Chico Muss ich jetzt hier hinten irgendwie lang? Da muss ich nicht lang Man muss ja auch nicht lang Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss Das war Suppe Muss ich mich irgendwo rüberhangeln hier? Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass die Kamera richtig geil ist? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss Warte mal Hier geht es runter, oder? Nein, geht es natürlich nicht Oh Leute Come on Wo muss ich lang? Er hält sich hier nirgendwo fest Er hält sich hier nirgendwo fest Hier komme ich nicht mal annähernd in die Nähe Hier komme ich nicht rein Irgendwas mit Magie hier betätigen Also die Kamera schwenkt hier hin Es muss ein anderer Weg Ich komme Also mal ganz logisch Jetzt mal ganz logisch nachgedacht Ich komme da nicht lang Weil hier Ja, so ein paar Gitterchen im Wege sind Sprich, ich kann nicht darüber klettern Es geht schon mal nicht Ist unmöglich Muss ich hier komplett zurücklaufen? Weil es ist ja unreißende Strömung hier unten Dann muss ich auch wieder komplett zurücklaufen Laufen wir nochmal komplett zurück Ja, dann kommen wir hier an Habe ich mir schon irgendwie gedacht So, ich kann da nicht drüber springen Auf diese Plattform komme ich nicht Dass wir vielleicht irgendwie da rüber kommen können Ich komme hier unten nicht weiter Ey, das fängt ja jetzt schon richtig beschissen an, Leute Muss ich ganz ehrlich sagen Ähm Warte mal Na Hehehehe Hätte ja auch vorher drauf kommen können, ey Scheiße da Okay Als ob das geplant war jetzt Jede da Russisch für Anfänger Ich habe nichts falsch gemacht Hoch 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 Ich will Willst du mich jetzt irgendwie rollen? Ich wollte Ich wollte Also von diesen Viechern da Smaschen Fortsetzen Normal Voll normal, ey Ach ja Jede da Was heißt Schwanger auf Arabisch Ach mit Ach lach nicht Ich kriege meinen Tag nicht Höh 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 Versuch die Stämme nach Jede da Ich muss warten Ja, genau Ey, kann ich jetzt auch So, weg damit Alter, was Höh Höh Okay Jetzt müssen wir das deaktivieren Feuer, Feuer